Hallo liebe KSC-Mitglieder, zu meiner Person. Mein Name ist Martin Müller, ich bin 56 Jahre alt, sechs Kinder, zwischen 14 und 33 Jahre habe ich, sowie zwei Enkelkinder. Vom Beruf bin ich Diplom Wirtschaftsingenieur, bin Geschäftsführer und Gesellschafter der GEM-Ingenieurgesellschaft, ein jahrelanger KSC-Sponsor. Seit 2019 sind wir Top-Sponsor des KSC. 2016 bis 2019 war ich Mitglied des KSC-Verwaltungsrats. Dadurch konnte ich bereits Einblicke beim KSC gewinnen, eine wichtige und meines Erachtens notwendige Erfahrung für eine Tätigkeit im Präsidium des KSC. Ich stehe vor Management und Unternehmensführungskompetenz für den KSC. Meine allgemeinen Grundsätze, Bescheidenheit, Dankbarkeit, Wertschätzung, Demut und Loyalität. Sie sind die Basis für ein konstruktives Miteinander und ein gutes Heimatgefühl. Der KSC bewegt und trägt Verantwortung. Seit 126 Jahren prägt der KSC den Fußball in Baden und teilweise auch darüber hinaus. Er ist tief verwurzelt in der Region. Er steht für Profifußball, Boxen, Leichtathletik, Darts und vieles mehr. Breitensport im Allgemeinen. Er ist Partner der Wirtschaft, Anlaufstelle der Fans, Ausbildungsstelle von Nachwuchssportlern und mittelständischer Arbeitgeber. Zur Organisation. Kompetenz und Verantwortung gehören zusammen. Das Präsidium des e.V. vertritt den Gesamtverein und damit gleichzeitig den Haupteigentümer des ausgegliederten Profibereichs. Die Aufgabe des Präsidiums ist die Organisation der Zusammenarbeit und die Schaffung einer Kultur des Zusammenhalts. Das Präsidium hat die Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen sportlicher Erfolg möglich ist. Weitere Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsabläufe ist für die Prozesssicherheit und Transparenz im Inneren erforderlich. Bei spezifischen Themen sollten die Beratungsbeteiligungen einster Vereinsgremien wie Verwaltungsrat und Vereinsrat sowie von Institutionen wie z.B. Freundeskreis und Fanorganisation angestrebt werden. Entscheidungen, auch im e.V., sollten grundsätzlich gemeinsam mit den jeweils verantwortlichen Mitarbeitern gefällt werden. Dadurch erlangt man eine Verständnissteigerung für Maßnahmen, welche bereichsübergreifende Auswirkungen haben. Zum Geschäftsmodell. Die Veränderung im Umgang mit finanziellen Ressourcen ist erforderlich. Kapital aus Aktienverkäufen ist Eigenkapital, das dem KSC von den Aktionären nur einmal zur Verfügung gestellt werden kann. Dieses darf nicht dazu verwendet werden, um regelmäßig auftretende Kosten zu decken. Eigenkapital muss investiert werden, um Umsatz und Gewinne zu erwirtschaften. Ganz wichtig, 50 plus 1 ist gesetzt und wird auch so gelebt. Die ehrenamtlich engagierten Mitglieder und aufopperungsvollen Fans sind ein Pfund, welches man nur in einem e.V. bekommt. Nun aber zum Sport. Ziel ist die Entwicklung und Umsetzung eines sportlichen Konzepts über alle Mannschaften. Der KSC ist ein Gesamtverein mit mehreren Sportarten und hat eine gesellschaftliche Wirkung und Verantwortung. Fußball beim KSC teilt sich auf in die Bereiche Männer und Frauen sowie Jugend und Erwachsene. Es bedarf einer mittelfristigen, fünfjährigen Gesamtkonzeption. Hierfür bedarf es sportstrategischer Kompetenz. So soll unter anderem ein Fußballkompetenzteam als Berater des Präsidiums und des Beirats der KGAA bestehend aus maximal vier ehemaligen Profis und Trainern des KSC eingerichtet werden. Ein sportliches Konzept für unsere Mannschaften muss sich nach vorhandenen Ressourcen richten. Zur Umsetzung ist die Erarbeitung möglicher Lösungen erforderlich, die zum KSC passen. Im Wettbewerb um Talente haben wir noch keine großen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Demnach brauchen wir andere Faktoren, die den KSC einzigartig machen. Der KSC kann nur als Ausbildungsverein wieder erfolgreich werden. Der Nachwuchs muss im Fokus stehen und realistische Chancen für den Übergang in den Profibereich haben. Das Couting und die Kaderzusammenstellung müssen nach modernen, standardisierten und transparenten Vorgehensweisen erfolgen. Die Infrastruktur. Ausbau der Infrastruktur für den Standort am Wildpark ist unerlässlich. Der Standort Wildpark mit dem Stadion, den Trainingsplätzen der ersten Herrenmannschaft und dem NLZ in einer Entfernung von 1,2 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ist einmalig und von großem Vorteil. Nachwuchs und Profis sind hier quasi unter einem Dach. Der Bau eines neuen NLZ-Gebäudes und der Bau von Trainingsplätzen ist eine Investition in die Zukunft. Die Qualität der sportlichen Infrastruktur ist ein Faktor im Wettbewerb um junge Talente. Und zu guter Letzt die Marke KSC. Ziel ist es, den KSC wieder in die Mitte der Gesellschaft in Karlsruhe zu führen. Der KSC als Traditionsverein stellvertretend für Heimat und Familie vermittelt das Gefühl der Zugehörigkeit. Attribute des KSC-Gefühls sind Verlässlichkeit, Vertrauen, Berechenbarkeit und eine Willkommenskultur. Der KSC sowie Karlsruhe und Umgebung bieten keine Ausrede für Misserfolg. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen KSC liegen vor. Wir müssen die Chancen begreifen und ergreifen. Der KSC soll ein guter Partner der Stadt und der Bürger sein. Wir bieten Heimat für alle, für unsere Werte, die wir alle lieben. Wir alle sind der KSC. Hiermit bitte ich um Ihre Stimme, um die gesamte KSC-Familie im Brasilium des KSC für Sie vertreten zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. KSC! 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 KSC!